Hi, ich bin Andreas und ich weiß auch nicht so genau, wie das hier alles passieren konnte. Aber ich liebe Brettspiele und vielleicht bin ich auch ein ganz klein bisschen ne Rampensau. Insofern kommt es nicht ganz von ungefähr. Ich möchte euch keine Spiele zeigen, die ich mag, mit euch zusammen überspiele lästern, die ich nicht mag. Ich will Quatsch machen mit euch und nachdenken mit euch. Schaut mal rein.